Kein Klopapier. Oh nein! Kann man jemand das Licht wieder anmachen? Jemand macht das Licht aus. Hör mal, brauchst du noch lange? Hallo? Hallo, das ist eins hier, funktioniert der Klo hier, verdammte Scheiße. Störende Kundschaft. Sag mal, hast du vielleicht einen Tampon für mich? Ja klar, aber ich hab nur die Mini. Ach nee, die reichen jetzt nicht, das strömt grad aus mir raus. Wie ein Wasserfall, das glaubst du ja gar nicht. Ich hoffe, der wird das Bildzeug nicht besorgt haben. Das falsche Klo erwischt. Oh Scheiße! Plötzlicher Feueralarm. Oh, das hört mich aber schlimm an. Ah, das tut gut, das tut gut. Mann, ich muss pissen wie ein Kamel. Ah, das tut gut. Oh! Oh! Gesprächige Klo-Kollegen. Wo ist Kohle? Wo ist Kohle? Ich brech die Tür auf, danach dich wegiert, Kat. Eins. Zwei. Drei. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Scheiße, ey. Oh Gott. Oh, sorry. Schließ doch ab, Mann. Kaputte Knotür. Reden wir von Mann zu Mann. Reden wir? Reden wir von Mann zu Mann. Ach so ein. Wichser. Du glaubst, ich mach das nicht? Du glaubst, ich mach das nicht? Gewaltverbrechen in der Nachbarkabine. Oh, schnell runter mit zu Hause. Und jetzt gib ihn mir. Steck ihn rein. Kein Problem, er ist schon mega hart. Er ist schon mega feucht. Oh. Ja. Er hat Sex auf dem Nachbarklo. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da. Und abonniert Steentake TV, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr uns beim Webvideopreis unterstützen möchtet, WVP, Hashtag, Hashtag WVP, dann findet ihr die Links dazu in der Infobox. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich täglich für uns votet. Wir brauchen jeden Punkt, Mann. Naja, wir wollen diesen, was ist das, einen Glaskasten? Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann.